5% haben wir jetzt schon, ja die letzten 5%, 6% schaffen wir halt auch noch. Hier haben wir 96, 97, 98 haben wir 99, 100 und 101 müssen wir noch nachgucken. Hm, ok, stell jemand das Durst, irgendwo muss eine Insel sein, jenseits des Strandes. Ne, da wollte ich nicht hin. Ende 96. Strand. Hm, also das einzige was wir jetzt hier noch nicht, weil ich Richtung wir noch nicht gegangen sind. Ach, hier steht ein PC, ist ja toll. So fette Ruhu nimmt jetzt seinen Schmerz. Dass der noch so hoch springen kann, mit dem Körpergewicht und mit den Rundungen. So, wir gehen mal hier rüber. Achtung, Bombenball. Rums. Die erwebt. Das ist kein Fat Shaming, ich darf das. Ich bin selber fett. So, ich habe eine Idee, wie das klappen soll weiß ich nicht, aber ich habe mal Gegner. Wir haben uns von denen nicht besiegen lassen. Wir haben hier gerade einen oben. Schmerz. So, wir haben hier noch die hier. Den können wir ja drauf stehen. Das heißt, wenn wir alle drei da hoch kriegen, wenn es jetzt noch klappen soll, weiß ich nicht, aber... Kriegen wir gleich das Ending, das wir zu oft geboxt haben. Wir müssen das nochmal genauer machen. Und das wird, glaube ich, nichts mehr. Das Ending geht jetzt im Haus drin. Ending Trigon. Und dann kommt das Ending, gab es doch. Ich weiß, dass es das gab. Und dann machen wir das Ending. Hier können wir stapeln und hoch nach der Erinnerung. Manchmal gibt es mir hier ein Schwert. Es gibt bestimmt auch noch Ending, wo wir uns hinsetzen können, oder? Wir müssen mal gucken. Versuchen wir mal taktisch, die hier so zu besiegen. Nein, roll doch nicht runter. Du siehst da schon sehr gut. Ach, kack die. Kack die Wand an, wie soll das denn was werden? Mit Sven könnte man sagen, ja vielleicht, aber... Ich komm mich da hoch, aber dann nicht weiter. Ich komm mich hoch, aber dann nicht weiter. So. Wenn es mal einmal klappt es. Weiß die Komplettlösung da was besseres, oder? Ja. Nein, hier nicht. Ja, fast. Zwei Armbar. Fällt rechts. Vermutlich nicht, aber... Natürlich reicht das nicht. Ach, Spiel willst du mich verarschen? Ja. 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 Nice. Beim hundertsten Versuch. Jetzt den nicht runterschubsen. Immer mit euch. Geht mir weg. Na gut, vielleicht gehen wir was hin. Jetzt stapelt euch. Weh, ich krieg jetzt hier das Ending zu oft einen Storn auf dir. Dann flippe ich hier den Table. Dann hol ich hier meinen ganzen Setup um. Wie soll man die denn stapeln? Wie stellt man sich das denn vor? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen muss. Sag mir bitte, wie es anders geht, Jack Ewing. Sag mir bitte, wie es anders geht. Ich bin hier gerade am verzweifeln. Das krieg ich mit dem Schwert nicht hin. Ich hege gerade Hass auf die Entwickler. Ich habe die gerade sogar gestapelt. Ich habe die sogar schon gestapelt. Damit ist der eigentlich hoch geflogen. ein Item an der rechten Wand hoch. Hier hoch. Da komme ich doch nie hoch. Hier meinst du. Das schaffe ich auch nie. Können wir mal versuchen. Ich meine, was bleibt uns jetzt anders übrig? Als ob da nur zwei, aber das sind die zwei da nicht ausreichen. Das ist ein bisschen. Den Wichser rieche nicht weg. Der liegt jetzt da oben. Ach, Mensch. Bleibst du jetzt wenigstens bei mir? J.K. Wink. Unterstützt du mich hier? Leidest du mit mir? Ich hatte eigentlich heute vor. Ich hatte eigentlich heute vor, 100% zu schaffen. Wir sind hier schon bei 95%. Wird heute nichts mehr. Ich glaube nicht. Wir haben noch eine Stunde Zeit. So wie ich mich hier anstelle. Ich bin hier hoch. Ja, wie das gehen soll. Wie soll das denn funktionieren? Wir schließen dir das vor. So knapp abspringen. Ja, aber... Ah! Nice! Ich verstehe. Das hatten wir gerade schon einen guten Treffer. Ja, was man hier... Das muss ja schon sehr, sehr agil auf der Tastatur sein. Das schaffe ich wahrscheinlich eher als die Sache mit dem... Mit dem Monster mit den Schergen. Mit dem Monster mit den Schergen. Ich kann das gehen. Ja, wir gewinnen. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja, ich verstehe. Und die Sache mit Pestad. ich kann das Geld ausprobieren. Oh mein Gott, er wird dann ein paar roter. Dann kann das Geld ausprobieren. Oh mein Gott. Jetzt wird das Geld ausprobieren. Oh mein Gott. Das funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann das Geld ausprobieren. Die Artikel hat so viel gefehlt, in dem Artikel hat so viel gefehlt, da wollte ich das ein bisschen verbessern und mittlerweile habe ich fast alles überarbeitet. Du bist nicht die ursprüngliche Auto, aber du hast da schon wesentlichen Einfluss drauf. Und sonst so, ich meine, ich könnte jetzt hier auch ein bisschen Just Chatting machen, während ich das hier versuche. Ich könnte mich auch hier darauf konzentrieren, aber ja, da gibt es irgendwie eine Tassencombo, die hier sinnvoll ist zu nutzen. Aber das ist jetzt hier hin und her überhaupt so. Ich habe schon gesehen, irgendwie schafft man es, wenn man da richtig abschreckt. Ein bisschen später springen. Irgendwann falle ich hier heraus, da gibt es irgendwie... Spätestens hier falle ich ja. Das heißt, ich muss ja spätestens hier springen. Das bin ich ja hier. Ich muss ja hier, das ist spätestens hier. Ich kann ja nicht später springen. Hier falle ich ja. Das kann ich ja nicht mehr springen. Ah, doch. Ich kann Luftsprung machen. Interessant. Aber ganz kurz irgendwie. Wie ich das gerade eben gemacht habe, weiß ich auch nicht, aber... Ah, ok. Wenn ich das mal raus habe... Ah, aber da komme ich auch nicht rein. Das schwingt dich auf die nächste Ebene. Ah, nice. Jetzt, ja. Lass die Fallen dann springen. Ja, wenn ich jetzt wieder runter falle, dann... Ja, alles um vorne. Uff. Oh, nice. Nice. Geschafft. Hurra. Das war's. 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 Das war's.